hallo freunde und willkommen zu ls 22 und ich will euch mal zeigen welche geilen autos ich freigeschaltet habe in mods und ich will euch mal den gelben terminator truck zeigen und zwar das ist der hier und wir werden heute john connor suchen aber damit wir das machen müssen wir das kurz umlackieren und den dach auch glaube ich so steht bei händler bereit super da ist ja mein terminator lkw leute so ich schlüpfe ich schlüpfe mal in die rolle von terminator so sieht der lkw von innen aus wo ist john connor wo ist john connor du 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 ha geil oder hvor Freeze wie hoch wie hoch간 deshalb dir gedachtvolta nie ja das für schwierigkeiten hier habe ich ein schwierigen er kommt ho fø føoy wieder dampf die junge wiederdampft Der Sprint, der fliegt da oben raus wieder. Ja, das ist aber Umweltverpestung, ey. So, und? Nee, der schafft das nicht. Ja, leider, wenn es Winter ist, ne? Haben wir keine Chance. Selbst der Terminator nicht. Der schafft es nicht. Der schafft es auch nicht. Tja, meine Freunde, das war's mit diesem Terminator-Truck. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Teil. Sieht sehr cool aus. Und da ist er auch cool, ey. Oder? Bis zum nächsten Video.